So, und wir gucken nochmal, können wir uns wieder Verbesserungen leisten. 14 für die Teile. Was haben die? Die Klingenfallen verursachen mehr Schaden. Ich find die eigentlich ganz bombe. Ist kein R. Kosten weniger. Ey, das ist natürlich auch klasse, ne? Wenn die weniger kosten, verbessern wir das mal. Und fortfahren. Dann sind wir jetzt bei Mission 9. Die Dampffalle. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Von da oben kommen sie auf. Als ob sie meinen Kopf mit mehr Pfiffigkeit füllen. So, mehr brauchen wir nicht. Problem ist, hier gibt es diesmal Fliegefiecher. Da, die Fliegefiecher. Fliegende Gegner der Bodenfallen nicht auslösbar. Deswegen verstärken wir ihn erstmal hier oben. Nennt mir ein Ziel. Weil die Fliegefiecher sind echt scheiße. Na. Ich diene dem Orden. Nennt mir eine Richtung. Nennt mir ein Ziel. Passen sie da so besser hin? Ich diene dem Orden. Hallo, die Falle will ich nicht hier. Warum kann ich alleine... Ach so, der ist schon im Vorfeld platziert worden. Ah, okay. So. Und ich brauche sie dann hier. So. Da kommen sie! Da kommen sie! Super! Bester Kampf meiner Allerzeit. Wer will mir fallen? Ich! 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 Ich hol dich doch gleich hier vorne weg. Und die Fliegeflieger kommt. Achtung! Flieger! Oh, was für eine Sau. Noooo! Abholen amord! Abholen dieدمungen! Du faszin So, Donggabar! Zwerger. Hey, du hüllst mich. Und fertig ist die Garde. Und fertig ist die Garde. So. Jetzt seht ihr meinen Plan, den ich hier habe. Die, die von da kommen, kriegen auf die Presse, weil irgendwann öffnet sich auch dieses verfickte Tor. Oh, das war's, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das heißt, da müssen wir jetzt auch. So, ich kümmere mich um die hier. Für die sind meine Bogenschriften zuständig. Also guckt euch immer die Levels vorher mal an. Wo könntet ihr Pfeilen gut aufstellen? Wo würde es passen? Wieder kommt keine Art der Fliegericht. Bei mir ist das. Ja. Wie kann ich mich um die Leidenschaft haben? Wie kann ich mich um die Leidenschaft machen? Wie kann ich das? Wie geht's? Wie geht's? Jungs, ihr macht das gut da oben. Ich brauche noch was zu verlangsamen. Bitte einmal durchwischen. Okay. 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 Ich brauche mehr Kohle. Nicht meine Feuerfalle aus. Wir lösen. Die Affen. Das soll Spuren hinterlassen. Jetzt renne ich die ganze Zeit hinterher. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. So. Jungs, ihr macht das da hinten. Ihr habt gesagt, ihr kriegt das hin. Wie sieht es da aus? Ja, da könnte ich mal ein bisschen was verlangsamen reinpassen. Ich brauche es. 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 Das war's für heute. Das hier ist für dich, alter Mann. Was kosten? Ach, die kosten 500. Ah. Dass der sich so kaputt lacht, ne? Klingt so genial. Oh, du Arsch. Du Arsch, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein. Jetzt bin ich irgendwo Energie. Oh, das war so schass. Gott sei Dank. So, liebe Leute. Und wir sehen uns gleich in dem nächsten und auch letzten Video.